Moin zusammen! Noch 83 Tage bis zum Marathon und ich wollte euch kurz erzählen, wie meine letzte Woche war. Ja, trainingstechnisch, was soll ich sagen, Sonntag 28 Kilometer in drei Stunden zehn haben sich super angefühlt. Meine beiden Kumpels Steffen und Frank waren mit auf Tour. Fitness technisch hat mir auch Piet diese Woche bestätigt, dass ich da wirklich gut dabei bin. Ja, Thema Ernährung, Ernährungsprotokoll nach wie vor, optimierungsbedürftig und diese Woche hat Piet mir auch noch mal die Leviten gelesen, dass ich nach dem Training vielleicht was zu trinken mitnehmen sollte oder auch eine Banane mit dabei haben sollte. Ja, es sind noch 83 Tage. Ich habe meine sieben Punkte, die mir Piet aufgeschrieben hat, teilweise sehr, sehr gut erfüllt. Andererseits muss ich auch zugeben, ist das Gewicht leider auch wieder nach oben gegangen, war heute Morgen bei 108,8, also knapp 109, obwohl ich schon mal bei 103 war. Da liegt bestimmt noch was ganz doll im Argen, wo ich jetzt echt noch mal ran muss. Und ja, da muss ich mich einfach so auf das letzte Jahr besinnen, wo ich wirklich diszipliniert war. Und ja, jetzt am Wochenende habe ich mein Patenkind überrascht zum 18. Geburtstag. Da war natürlich eine Party, da gab es auch ein bisschen Bier, Zwibbel-Splirts und Pizza. Also von daher weiß ich auch, wo die Kilos auf meinen Rippen herkommen. Denn auch beim Italien-Spiel, das war so nervenaufreibend. Da habe ich mit meinem Dad geguckt und habe auch in die Chipstüte gelangt. Und da gab es natürlich auch ein kleines Cola-Bier zum Spiel. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, in welche Richtung es geht. Ich bleib motiviert. Und ja, 83 Tage.